so hi und hallo mal wieder wie ihr seht öffne ich jetzt die stickies tüten also die stickies sammelfiguren und ich habe fünf tüten mal mitgebracht 50 cent so eine tüte und welche figuren ich jetzt hier drin habe in meinen ersten tüten das schauen wir uns natürlich jetzt mal an und ihr postet mir natürlich ob ihr sie auch sammelt was ihr davon haltet ganz egal was das sind sie nun ihr seht ihr haben unten so ein gummi knopf wo sie also kleben und dann könnte die belle mit schießen mehr nicht wo ein blauen und wie gesagt postet mir auf jeden fall wie ihr sie findet was ihr davon haltet und hauptsächlich auch die sie selber sammelt der sieht aus wie ihr seht auf dem stirn immer nehmen immer eine nationale flage wie gesagt wenn ihr interesse daran habt wenn ich mir noch mehr besorgen und immer wieder unboxing von die figuren machen und jetzt kommen wir erst mal zur fünften und letzten tüten was ich mitgebracht habe auch wieder eine rote doppelte nein ihr seht die roten die überwiegeln das sind jetzt die figuren von nahen jetzt gucken wir mal wo sie in die sammelbox reinkommen rote teufel aha wie das unterste wird also immer wieder eingeklemmt beide arme nach oben hin der kommt hier hin andere seite ein roter mit ball ah ne der ist falsch der kommt nach hier hin sehe ich gerade der jubelnde auf diese seite ein blauer mit ball oben und ein weißer mit dreiecks der kommt hier hin der blaue mit ball oben ist hier also na das sind jetzt meine ersten na sticky figuren einmal diese untersten drei dann auch diese seite zwei stück so und wenn ihr interesse habt noch mehr davon unboxing zu sehen postet mir auf jeden fall und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu